Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu The First Descented. Heute mit einigen Dingen, die ihr wahrscheinlich noch nicht im Spiel wusstet. Da sind wirklich ein paar coole Sachen bei, die ich auch erst vor kurzem, nach einem Monats Spielzeit, erfahren habe. Und ich würde sagen, wir gehen von am uninteressantesten, was immer noch interessant ist, zum interessantesten über. Vielleicht habt ihr auch schon was auf dem Thumbnail gesehen. Mal schauen, wie ich das da in der Reihenfolge mache. Das allererste, das können wir direkt im Menü machen. Das seht ihr vielleicht auch schon hier am Bodysuit. Und das sind die Farben vom Skin. Das vom Farben ändern kann, ich glaube, das ist den meisten Leuten bekannt, dass wenn ihr hier einen Skin aktiviert habt, wirklich nur wenn ihr einen Skin aktiviert habt, nicht bei den normalen Skins, sondern wirklich nur einen Skin, den ihr hier seht, dann könnt ihr hier die Farben ändern. Und hier aus ganz vielen verschiedenen Farben aussuchen. Jetzt seht ihr hier schon, ich habe ganz viele Farben und manche Farben kann man auch kaufen. Das Kaufen ist zugegebenermaßen teilweise teuer, teilweise günstig. Und da gibt es einen richtig, richtig coolen Tipp, wo ihr alle mal reinschauen solltet. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann werden alle Vielspieler jetzt richtig, richtig geil und viel Loot bekommen. Und zwar, wenn ihr auf die Karte geht und dann ganz links auf Protokoll und dann hier auf Auszeichnungen, dann seht ihr ganz viele verschiedene Kategorien und in diesen Kategorien könnt ihr Aufgaben abschließen. Das ist mal, bringe so viele Gegner in dem Gebiet um, erreiche Level so und so mit dem Charakter, erreiche Meisterschaftsrang 20 und so weiter und so fort. Und für all diese unterschiedlichen Aufgaben kriegt man Farben, wie ihr hier seht. Entferne erfolgreich Vollstrecker-Teile, 4 von 5. Wenn ich jetzt noch eins machen würde, würde ich diese Farbe hier bekommen und zwar mattrotes Metall. Und so gibt es hier ganz viele verschiedene Farben und auch Emotes und, und, und. Also hier gibt es richtig, richtig viel cooles Zeug zu bekommen. Zum Beispiel bei dem Meisterschaftsring, da seht ihr bei Meisterschaftsring 28 gibt es hier so ein Platinabzeichen. Bei 25 gibt es ein UI-Design und bei Stufe 30 gibt es einen Scanner, Skin und sogar ein Emote. Also es lohnt sich auf jeden Fall hier mal einen Blick zu riskieren und hier vor allen Dingen auch alles einzusammeln. Als nächstes noch ein Top-Tipp zu den Modulen. Da hatte ich ja schon mal ein ganzes Video zu gemacht zu den Modulen. Heute geht es nochmal um eine Kleinigkeit, die ich auch erst vor kurzem erfahren habe. Und zwar könnt ihr beeinflussen, was ihr beim Kombinieren bekommt. Ich fange anders an. Wenn ihr jetzt hier auf eure Module geht und dann schaut, ey, welche Module habe ich noch nicht. Dann habt ihr hier 10, 20, 5, 3, wie auch viele auch immer Module. Und wollt diese Module vielleicht kombinieren, weil zum Beispiel Schussfokus kann man nur kombinieren. Und da gibt es zwei Dinge, die hier wichtig sind. Erstens der Modulsockel-Typ, da seht ihr, das ist dieses C oder O und die Modulklasse. Und je nachdem, was ihr bei dem Kombinieren nutzt, könnt ihr die Wahrscheinlichkeit erhöhen, eins dieser Dinger zu bekommen. Wenn ich also hier auf Lila gehe und mir nur die Colon anzeigen lasse und dann hier nur die Colon-Dinger nehme, dann kommt zu einem erhöhten Prozentsatz auch ein C dabei raus. Dasselbe gilt dann auch nochmal für Nachfahren. Das heißt, das Beste, was ihr machen könnt, um dann dieses eine Modul zu bekommen, was ihr noch braucht, ist, genau die gleiche Modulsockel-Typ zu nehmen und auch die Waffe bzw. für den Nachfahren. Ich hoffe, dass es jetzt mal im Test direkt klappt. Ansonsten machen wir mal zwei, drei, um euch zu zeigen, dass das wirklich funktioniert. Das hat nicht funktioniert, perfekt. Ausnahmen bestätigen die Regel, dann machen wir nochmal C. Da seht ihr C, also schon direkt beim zweiten, könnt ihr das direkt nochmal machen. Und ihr werdet es schon sehen, wenn ihr es so zehnmal macht, dann sind da, weiß ich nicht, über fünfmal wirklich auch Cs dabei. Spiel lasst mich nicht im Stich, wenn ich hier gerade so einen Test mache. Okay, fünfmal gemacht, zweimal C. Das kann immer noch Zufall sein, wir machen weiter. Drittemal C. Gönnenspiel, gönn. Okay, kein C. Aber ihr seht schon, die Wahrscheinlichkeiten, C zu bekommen, ist wirklich erhöht. Ich habe es wirklich schon ganz oft gemacht und man kriegt viel öfter ein C, da ist es auch wieder als nicht. Und dasselbe gilt auch für Nahfahren, für die Munitionstype und so, ist keine Garantie, aber erhöht eure Chance auf jeden Fall enorm. Dasselbe natürlich auch für die gelben und auch für die roten Module. Ihr kennt alle sehr wahrscheinlich natürlich hier die Forschung und die allermeisten wissen wahrscheinlich auch von euch, dass man hier ein Item, was gerade in der Forschung ist, mit Kaliber beschleunigen kann. Aber wusstet ihr auch, dass das gleiche auch mit Gold theoretisch funktioniert? Weil wenn ihr hier auf Abbrechen drückt, dann seht ihr ganz kurz dort, wo Kaliber steht, Gold angezeigt. Und man ist sich noch nicht so ganz sicher, ob das irgendwann eventuell reinkommt, dass man auch mit Gold rein, also das abschließen kann, aber ob es ein Fehler ist. Ich kann euch mal ein Bild einblenden, das geht auch bei einem Ultimate Character. Und es ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache, ob das noch ein Platzhalter ist oder ob man theoretisch irgendwann das Ganze auch mit Gold abschließen kann. Ist auf jeden Fall eine ganz witzige Sache. Ihr könnt ja mal versuchen, genau in dem einen Frame, wo das angezeigt wird, nochmal X zu drücken. Und ob das dann mit Gold abgeschlossen wird. Ist auf jeden Fall eine sehr interessante Sache, weil, ja, ich habe das nie so drauf geachtet, aber da wird ganz kurz dieses Gold angezeigt. Ich hoffe, das sieht man. Noch ein kleiner Tipp für alle, die Goldmangel haben, was sehr viele wahrscheinlich sein werden. Ihr könnt Items auch verkaufen. Es gibt hier einen Händler, der Desslin, und dort könnt ihr Sachen verkaufen. Da gehe ich immer hin, wenn mein Inventar voll ist, wähle alles an als Schrott, drücke einmal Dreieck und sage dann Verkaufen. Wenn ihr hier ein ganzes Inventar hinbringt, dann kriegt ihr immer so um die 100.000. Wenn ihr das zehnmal macht oder über die nächsten Tage mehrmals macht, dann summiert sich das. Und so könnt ihr als zweite Einnahmequelle auf jeden Fall hier gut Gold machen. Was leider nicht mit einfließt, ist euer Goldbonus. Das heißt, wenn ihr einen Goldbonus aktiv habt, dann zählt das nicht da mit ein. Ihr kriegt also immer nur das gleiche Gold hier beim Verkaufen. Ich mache das jetzt schon seit ungefähr anderthalb Wochen und muss sagen, dass das richtig, richtig gut viel Gold bringt über eine längere Zeit und über einen längeren Zeitraum. Ihr kennt das Sprichwort, klein viel macht auch Mist. Das passt hier auf jeden Fall ganz gut. Wenn mein Inventar voll ist, gehe ich immer hier hin und gebe mein ganzes Inventar hier ab. Und dann noch eine wichtige Sache. Ihr solltet alle mal in euren Battle Pass schauen. Auch wenn ihr den Battle Pass nicht gekauft habt, gibt es dort einiges, was wichtig ist, um später nicht ohne darzustellen. Und zwar könnt ihr hier erstmal, wenn ihr den Battle Pass durch habt, nochmal Bonusmünzen erhalten. Das ist jetzt nicht so wichtig, aber es gibt hier Herausforderungen. Und da solltet ihr auf jeden Fall mal in die wöchentlichen Herausforderungen reinschauen. Da sind jetzt schon einige Wochen da, auch eine Saisonsherausforderung. Und hier könnt ihr solche Vorratsmünzen bekommen und verdienen. Das für jede Woche. Und mit diesen Vorratsmünzen könnt ihr euch Skins kaufen. Das heißt, wenn ihr euch gefragt habt, ey, wo hat der Lou eigentlich diese Haare bei Viesa her? Oder wo hat der ein oder andere die Maske von Lepic her? Das kommt aus diesem Vorratsshop hier. Und hier könnt ihr mit den Vorratsmünzen Sachen einkaufen. Bis zum Ende der Saison sollten so viele Vorratsmünzen vorhanden sein, dass ihr euch alles einmal kaufen könnt. Deswegen schaut ihr auf jeden Fall einmal rein und schaut, welche Vorratsmünzen ihr noch einfach bekommen könnt. Gerade die Saisonvorratsmünzen, das sind halt immer relativ viele, über 20 Stück, solltet ihr auf jeden Fall abholen, um euch die Skins aus dem Shop zu holen. Das Ganze läuft nämlich auch nicht unendlich, sondern nur noch einige Tage. Vor allem der Zeit sind 17 Tage. Solltet ihr auf jeden Fall jetzt reinhauen, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Solltet ihr noch was haben, was ihr extrem spannend findet, dann schreibt es auf jeden Fall unten in die Kommentare. Da schaue ich sehr, sehr gerne auch nochmal rein. Vielleicht kann ich ja das ein oder andere auch noch lernen. Ich finde es sehr cool, dass man hier gefühlt jeden Tag irgendwie was Neues kennenlernen kann im Spiel. Und bin da sehr, sehr gespannt, was ihr da vielleicht noch zu sagen habt. Ich hoffe, ihr habt das ein oder andere hier mitgenommen. Morgen gibt es ja endlich den Patch für den Frostworker und einiges anderes. Wenn ihr das wieder passt, wollt ihr auf jeden Fall ein Follow da lassen. Werde ich auf jeden Fall hier auf dem Kanal noch bringen, was da genau geupdatet wurde. Und dann kommt ja Ende des Monats schon Season 1. Da wird es auch ganz viel zu berichten geben und ganz viel zu bereden geben. Ich will noch eine Kleinigkeit zum Ende sagen. Gestern kam ja ein auf Spaß basierende Tierlist von mir. Das sollte eigentlich den meisten klar gewesen sein, dass da viel Ironie dabei gewesen ist und viel Spaß dabei gewesen ist. Leider waren viele sehr, sehr böse. Was ich nicht so ganz verstehen kann, wenn ich sage, ich mag Cola nicht, dann ist das ja auch irgendwo meine eigene Meinung. Sollte eigentlich nicht zu ernst genommen werden. Viele haben es auch verstanden, ein paar leider nicht. Deswegen wollte ich hier noch einmal ganz kurz sagen, dass die Tierlist da auf jeden Fall nicht zu ernst genommen werden sollte. Wer das Video verpasst hat, einfach mal nochmal reingucken von gestern. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal Leute. Wie gesagt, ein Follow da lassen, ein Like auf dem Video und haut rein.